so dass wir hier update habe ich könnte mal eben mein bestes bett es kann verbessern nachladegeschwindigkeit und schlecht mögliche elementar schaden effekt nahtenschadeneffekt nachladegeschwindigkeit auch ganz weit dahinten kritische strefferpunkte schilder so warte manchmal eben jetzt bin ich mal voll geladen hat man andere habe ich ein bisschen mehr hatte ich das die füge da rein die brauche an dem so konnte nicht gebrauchen da war jetzt nichts für mich bei ok so gut das war nicht so schwer oh mama und papa die alpha familie heute macht man und die plüten und wollte meine waffe werfen und du kommst wieder auf die beine und ist die weg weil er mich voll geslimed hat hey kiste auch ne brauche ich nicht jedes einzelne bild des hyperion datennetzwerks wird hier archiviert infos da oben das sieht schon mega aus ja da oben sieht schon geil aus wie los rein ich habe das land ich habe keine chance gegen ein ich habe die in die fresse bis du stirbst kampfstil wenn die zeit gekommen ist kämpfen wir uns gemeinsam zur kammer vor ja toll bin ich tot und die volok das ich wollte gucken wo wir da hochkommen ja vielleicht erstmal nicht wir sind hier runter wahrscheinlich erstmal ja hoch ich bin runtergefahren hey in der toilette geil ich muss erstmal abziehen hier und ja wahrscheinlich kommen wir an noch wollen von da oben kommen in Rhein wahrscheinlich und mit dem Wort kommen ja Köln die Mütze Datachiv Aufzug wir mussten wohl auf zu sorgen Nelder ist wahrscheinlich oder hinten müssen aber auch und natürlich war vorab er hat sich vorliegt gelaufen zu hüpfen wohl jetzt recht ja ja ich hab natürlich die ganze Zeit ja 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 ich nehme gleich hin da kommt sie nicht durch leider ich muss ja irgendeine Quest hier annehmen für wahrscheinlich hier vorne ist irgendwo eine Quest auch dann ist wahrscheinlich dies wahrscheinlich dafür äh genau nichts geht über einen guten Bergauf du bist mein Millionsverkunde müssen wir uns nicht verkündet 15 Prozent dies ja da ist schon gehört aber dann wollte er in die Richtung um und dann wollte man in Nordkuchen drei Worte mein Freund kein Geld zurück die explodiert wenigstens explodiert die ganz wunderschön die müssen dahin ganz weit nach hinten ich hab mal eben auf die Map in die Richtung die Richtung gar nicht weit aber das immer weiter ich höre ohne Roboter die doch die und die sind kritischen Schaden weggemacht das das der die 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 alle die 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 wird ich boke und nicht mehr normales worden hier ist noch vor und zu mir du brauchst das habe ich mir gemerkt und roten Prozent wo sind die gelandet und nicht mehr da wo wir landen müssen o M ich glaube es wird jetzt an der Zeit an den Satz von komm ich ja nicht dran wenn wir denn da oben lang kommen muss werden die stritten die stadt nehmen müssen aufzug finden ja ja guck mal da hier guck mal was hinter uns aber Alter hab ich doch alle ganze Zeit gesagt du siehst echt nix bei dem spiel wir hätten aber nicht wir mussten ja den aufzug finden ja ich hab doch alle ganze Zeit gesagt hier macht man die gerade erst was bin ich nehm ich da und wieder ja du auch super guck mal bitte auf so ich sag ganz hey hallo 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 auf du bist da super super echt viel gut gut gemacht ehrlich ja wenn ich da sag ne erst mal hier gucken ne damit man nicht hier da aufruf sag hallo ja aber er könnte man von oben wäre vielleicht einfacher gewesen wenn ich das mal oben die kuschel der schießt ganze Zeit auch Laser und so ne also ich weiß nicht wie du dann hochkommen willst erstmal besonders er kommt von oben die Hyperion Corporation empfiehlt leben sie leben sie da ist er oh Alter wo war der hä wo ist denn der jetzt hin hat er versuch den mal zu slacken Granate warte mal ich nehm mal eben ne andere Waffe so Baby Quali du musst erstmal weg leider die Waffen kannst du einzeln kaputt schießen eine jetzt kommen Drohnen ah ja ja ah Alter die Drohnen gehen mir gerade auf den Kiss wo der ist eine Schwachstelle das würde ich ja wissen oh weg 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 wir müssen die Dinger weg schießen oh scheiße der hat sich bewegt ja du musst doch weg gehen ja du musst du überkommen Kumpf auf jeden Fall er hat Lackmaß er auch Stärken ja ich habe auch noch Probleme Lissi Bozmann durch das sind keine Bord der Lied Liedsatz Reparierdinger von der Raketen er hat mir ein Paketmärchen Paketmärchen aufgrund ja ja aber doch gerade Prozent toll werden jetzt habe ich nichts mehr zu tun unter die Hälfte das ex-serie Hintergrund ich habe keine hast du noch kann man warte wirklich die Schaden was kann es der Granaten ich habe mich aber nicht ich habe keine munition mehr dass mein hauptproblem gerade munition sein geld habe ich gefunden schon mal witzger der hat auf meinem geschütz gerade abgesehen und da ist die munition auch schon wieder näher ich hab nicht mehr so viel waffen gerade ein daumen und wenn er sich noch einmal erwischt ua dafür habe ich natürlich keine viel große waffe habe ich natürlich nix weiß ja dafür habe ich noch sechs schuss jetzt so jetzt es ist jetzt da ungeheben wir haben wie soll man die Waffen gesehen ein ein super schild war da nicht schild ein klassenmord war dabei hier auch also sirene warte ich habe für uns präsentieren aber es grün egal muss hat den klassenmord hat auch echt nicht viel gehabt denn zwei gute schilder wenn ich ansonsten hat er wohl gehabt um sirene warte da gelandet das war es als würde wie es angeblich hatte das ist ein bisschen n und das so noch mehr oder gar können doch nicht wenn wir gehen müssen dort Vorsicht von dem also da oben ist ein schalter war ich war sehr doof was soll ich kann jetzt mal wieder wegpacken das war die ganz große Waffe weil dafür habe ich eh keine Munition mehr das ist schade dass man kein Muni werfen kann achso wir müssen in die Richtung ja ich weiß dass du mich für ein Monster eilst du glaubst ich hätte Angel versklavt aber du hast nicht gesehen was sie ihrer Mutter angetan hat ich musste Angels Macht einschränken ja verstehst du ich musste und ich bin mir sicher er musste sie auch wegen des Profits und ihrer Kraft ausbeuten hör nicht auf ihn Kammerjäger er hat Angel getötet lange bevor du den Stecker gezogen hast nimm auf die große Waffe ich muss über meine Tochter zureden Lilith ist nicht auf den Mund gefallen was und durch das ganze Iridium in ihrem Körper kann ich sie andauernd abschnechen immer und immer wieder und die Wunder als voll dazu soll aber auch nicht mehr tun oh sie scheint zauer zu sein oh ich will schon wieder nachladen es gibt doch alles kritisch ich hab keine Munition mehr oh ich auch nicht geil komm sofort holen Moment erstmal in den einen direkt Ballarm danke oh mach wohl hier wohl im Kill toll toll da ist noch Paketen oh nein oh ein BDS-Konstrakter oh shit und der hat Waffe sie müssen als erstes ja hm fange bitte schön wo ist die Waffe welche ist er denn ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich sehe den noch nicht du machst es richtig du bleibst hier hinten das ist schon mal gut ja ich muss jetzt mal eben noch vor 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 ich du bist ja ich hab die Waffe aber ich hab die Waffe aber ich hab das Wort guck mal du dich um den Dings ich versuche den Bot hier zu erwischen hab ich hab ich ja ich versuch gerade oh oh shit ich bin down ich bin die Waffe nicht mehr ich bin wieder da hast du mich wieder geholt ne oh ich bin wieder weg tschau boah das ist echt aber es war ja nicht weit musst du jetzt Konstruktor geschützt ja dadurch bin ich wieder online genau oh damit bin ich wieder offline alter das gibt's doch gar nicht ey aber die Waffe ist weg von dem ich schieße jetzt einfach mal drauf oh jetzt sterbe ich auch ganz schnell nur wenn die ganz hast du die wirklich ganz weg ja ja die war weg weil er hat er dieses Leser dann komplett weg ist ja deswegen bin ich ja direkt wiedergekommen oh 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 ich krieg die Arschkarte ich bin an mir kommt oh 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 da kommen ganz viele ganz viele ja die muss äh kaputt machen bevor die dich kaputt machen also ja krieg's aber schlecht gepackt ich bin ja nicht weit ich bin ja nicht weit wie kann er mich eben hierhin treffen bitte Amst vom Punkt ja die Dinger können nicht treffen das ist total böse die sind echt böse alter bitte was der hat ein Schuss oder zwei gebraucht und dann bin ich direkt ja jetzt kommen Raketen Vorsicht aber ich habe auch keine Granaten mehr Mann du bist nicht in meiner Nähe das ist das Problem ja dann alles gut aber ich habe auch keine Granaten mehr was ist das denn das bringt nichts beim Konstrukt da doch doch ich habe ganze Zeit Granaten da hat er echt Schaden genommen und alles was der drum herum gespawnt hatte um die zu starben regnet und wann regnet also meine schöne gesammelte Kohle Vorsicht ja die türen mich eh wuuh ist da nur eine unterwegs komm ich habe ja er mich getroffen warte 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 ich bin wei danke dann kann ich nicht wiederholen da wäre jetzt egal wenn ich hätte versucht deine soeber äh Rakete 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 Nicht laufen, springen Du Pappnase Du bist aber echt Ah ja, danke Fee Weil du dich umgedreht hast Du bist echt Der ist aber fast platt Ja, schön, dass der fast platt ist Wir kommen ja nicht mal gerade fast dran Ich hab dir jetzt zwar ein paar Mal getroffen Ich treff den aber von hier aus Ich bin auch wieder da Ich hab ihn platt gemacht Jihihi Na toll, ich hab dir den runtergesammelt Weil er bringt Boah, der Alles eingesammelt Alles geiles Zeug Das glaub ich sogar Wer wollte nicht Ich bin so weit weg Ich bin so wohl Ich bin so schön Die Scheiße Du bist mir wieder die Scheiße liegen Nö Hat man da heute nicht so ein Thema Ich kann Ich möchte Machst du Nahkampf? Machst du Nahkampf? Pistel? Nahkampf Nicht Pistel Nahkampf Äh, nja, jein Ab und an Ne, nimm du das Das ist ein Artefakt Pistel? Machst du Nahkampf? Pistel? Machst du Nahkampf? Pistel? Ja, jetzt ab und an Aber da brauche ich nicht Oh, ich hab nen Skin Pistel? Also sagst du zehnmal Nahkampf? Bistel? Hehehe Hei, die Klappe We Euch Boah Bistel